Ja, hallo liebe Freunde von Jesolo und Cavallino, liebe Freunde vom Jesolo Magazin. Es ist soweit heute, Samstag, der 13. Februar 2021. Nicht ganz so erfreulich, eine neue Verordnung vom Gesundheitsminister, vom alten, neuen Gesundheitsminister. Also auch im Kabinett Draghi ist der Gesundheitsminister wieder Roberto Speranza. Und er hat heute eine fünfseitige Verordnung unterzeichnet. Auf seiner Facebook-Seite ist zu lesen, die Bekämpfung der Pandemie hört nicht auf. Die Verbreitung der Covid-Varianten erfordert höchste Vorsicht. Neben dem Verbot von Einreisen aus Brasilien, also damit wollen sie in Italien eben verhindern, dass sich die brasilianische Variante ausbreitet. Die einzigen, die von Brasilien nach Italien zurückkehren dürfen, das sind italienische Staatsbürger. Die dürfen natürlich ins eigene Land zurückkehren, müssen aber vor Abflug und Ankunft einen Test machen und 14 Tage in Quarantäne gehen. Neu ist jetzt, also das heißt, diese Verlängerung hat es ja vorher schon gegeben, die wurde sozusagen verlängert und zwar bis 5. März. Neu ist jetzt aber, dass selbes auch für Reisende aus Österreich gilt. Und zwar ist in dieser fünfseitigen Verordnung in Artikel 2 hier zu lesen und unterzeichnet mit heutigem Datum, also diese Verordnung ist druckfrisch, mit heutigem Datum, 13. Februar von Roberto Speranza in Rom. Und zwar besagt dieser Artikel 2 übersetzt, dass eben mit Gültigkeit sofort alle Reisenden aus Österreich, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, also es ist jetzt egal, wer aus Österreich einreist, also jemand, der sich zumindest für zwölf Stunden in Österreich aufgehalten hat, also für den gilt das, also die reine Durchreise ist nicht davon betroffen, sondern jemand, der zumindest zwölf Stunden in Österreich war, muss verpflichtend einen Antigen- oder einen PCR-Test vorlegen und verpflichtend 14 Tage in Quarantäne nach diesen 14 Tagen wiederum einen Antigen-Test oder einen PCR-Test durchführen. Sofern er natürlich keine Symptome hat, darf er natürlich dann sich frei bewegen, allerdings erst nach dieser 14-tägigen Quarantäne. Das Ganze ist gültig bis inklusive 5. März 2021, das heißt noch sehr weit ausreichend vor Beginn der Reisesaison. Das ist jetzt einmal für die nächsten, wo sind es, zweieinhalb Wochen, gilt das jetzt. Damit will man eben diese Südafrika-Mutation, die jetzt in Österreich verstärkt auftritt, insbesondere in Tirol, will man damit natürlich verhindern, dass die nach Italien reingetragen wird. Ein paar Worte vielleicht zur Südafrika-Mutation, hört sich gefährlich an, machen wir einen Blick nach Südafrika. In Südafrika haben alle Restaurants und Bars bis 22 Uhr geöffnet. Es haben die Schulen geöffnet, es haben die Schwimmbäder geöffnet, die Strände sind geöffnet. Also ich glaube, die große Sorge vor der Südafrika-Mutation ist jetzt nicht ganz berechtigt. Natürlich, offensichtlich ist sie ansteckender. Aber wie wir schon bei der britischen Mutation gesehen haben, da hat der Infektiologe Dr. Christoph Wenisch aus Wien bekannt gegeben, dass ja in Wien schon circa 40 Prozent der Fälle, die jetzt aktuell getestet werden, die britische Variante enthalten. Und die ist um nichts gefährlicher als die bisher bekannte Virusvariante. Und ganz im Gegenteil, durch die Erfahrung von jetzt, sagen wir mal, über einem Jahr Corona-Patienten in den Krankenhäusern, ist es schon wesentlich besser behandelbar und die Gefahr entwickelt sich, laut Dr. Wenisch, immer mehr in Richtung einer der normalen Grippe-Influenza. Das einmal zur Gefahrenlage und man sieht es auch in Italien, die Infektionen, die jetzt verzeichnet werden, merkt man wieder, der Alterschnitt geht wieder nach unten. Das heißt, es stecken sich wieder vermehrt die Jüngeren an und wie wir wissen aus der Erfahrung von über einem Jahr, dass eben die Jungen das so gut wie unbeschadet mit weniger Krankenhausaufenthalten schaffen. Das heißt, es wird vielleicht wieder die häuslichen Isolationen möglicherweise ansteigen. Das weiß man noch nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich ansteckender wird oder ob es jetzt mit den warmen Temperaturen besser wird. Die letzten zwölf Tage, das sieht man ja im gestrigen Video, habe ich die Zahlen präsentiert, haben auf jeden Fall mit den Öffnungsschritten im Veneto und im Friaul keine nennenswerten Veränderungen in den Fallzahlen. Also keine nach oben, nennenswert natürlich nach unten. Also sie sind sehr stark gesunken, sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen sehr stark gesunken und auch in der häuslichen Isolation sehr stark gesunken. Ja, bleibt mir noch zu euch einen wunderschönen verbleibenden Samstag und für morgen noch einen schönen Sonntag bei diesen kalten Temperaturen zu wünschen. Abonniert bitte diesen Kanal, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video poste. So wie jetzt eben sehr aktuell, brandaktuell, druckfrisch aus dem Ministerium, bringe ich diese Informationen. Also das ist nicht irgendwas, was ich irgendwo vom Schwager der Schwester irgendwo gehört habe, sondern das sind Informationen, die kommen direkt aus dem Gesundheitsministerium oder von den Presseagenturen von ANSA oder von den renommierten italienischen Tageszeitungen. Natürlich auch direkt die Minister, was die so veröffentlichen. Diese Informationen nehme ich her, übersetze sie für euch ins Deutsche und bringe sie hier in diesem Video auf diesem Kanal. Immer wieder auch auf unserer Homepage bitte www.jesolo-magazin.com vorbeischauen und auf unserer Facebook-Seite Jesolo Magazin. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.